Moin Moin ihr Lieben und schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt auf meinem Kanal. Ja, hier geht es so ein bisschen um Zweitakt Technik, Simson und MZ hauptsächlich. Und ja, der liebe Thomas baut gerade mit seiner Tochter Celine ein neues Moped auf, die haben das gekauft. Und ja, wie es dann immer so ist, Motor war leider sehr viel kaputt. War so ein typischer Verkaufsmotor wieder im Fahrzeug drin. Ja, und ich möchte heute mit euch zusammen den Motor neu aufbauen für die liebe Celine, dass sie super in die neue Saison starten kann. Ja, das ist der Motor vom lieben Thomas. Oder besser gesagt von Celine, von seiner Tochter. Sie hatte sich halt gewünscht, dass sie mal ans Video kommt und ihr Motor im Video mal aufgebaut werde. Und den Wunsch möchte ich hier gerne erfüllen. Jetzt zur Oster, vielleicht eine schöne Überraschung. Ja, was war alles kaputt? Getriebe wollte ich eigentlich nur überholen. Aber ich habe dann festgestellt, dass doch der Schaden größer ist. Also hier sind doch die Fenster ausgewaschen. Das hat gefressen, das Zahnrad. Ich habe jetzt da neues Getriebe fertig gemacht. Ja, dann natürlich Kupplung muss neu. Kurbelwelle, Primärantrieb, Kickstarter-Einheit, Hohlwelle, Schaltung, Kupplungshebel. Dann kriegt sie einen Original-DDR-Zylinder. Geschliffen mit Venandi-Kolben. Dann eine Wartbezündung, 16er RVFK-Vergaser. Ja, Nadelgeladete Druckplatte, neues Ritzel. CNC-Dichtkappe. Also ein bisschen, ein paar Schmankerle sind dabei. Also nicht komplett Standard. Aber eben 50 Kubik. Was wichtig ist, die Celine ist noch nicht so alt. Die fängt jetzt erst an mit dem Moped fahren. Und ja, deshalb würde ich auch nie, wenn ich das weiß, dass das, sag ich mal, ein jüngerer Mensch ist, würde ich auch keinen Tuning-Motor für denjenigen bauen. Neige ich strikt ab. Das Ganze, also wer volljährig ist, kann das gerne machen. Der kann das selber verantworten. Aber das muss jeder selber wissen. Aber wir wollen jetzt mal anfangen, den Modus schön aufzubauen. Der sah natürlich nicht so aus. Der war wirklich ganz schön verschlammt und ordentlich dreckig. Ich habe den jetzt Glasperlen gestrahlt. Wichtig ist beim Strahlen, dass ihr wirklich die Gewinde alle zumacht und eben nicht in die Lagersitze rein strahlt. Das ist eben ganz wichtig. Beim Glasperlen strahlen ist eben der Materialabtrag wirklich minimal. Ich würde eher sagen, fast gar nicht. Das hat eher nur eine Reinigungswirkung, das Ganze. Aber es ist eben wichtig, dass alles abgedeckt ist, was Gewinde angeht und eben, dass ihr das danach nochmal wirklich komplett sauber und ordentlich reinigt, dass dann nirgendwo vom Strahl gut irgendwo Rückstände sind. Wir fangen mal an, den Modus zusammenzubauen mit Lagersätzen, Kurveville und Getriebe. Ja, es ist natürlich immer echt schade, wenn man so ein Fahrzeug kauft und dann kommt die böse Überraschung, dass man dann doch irgendwie die Katze im Sack gekauft hat, dass der Motor dann doch nicht so schön ist. Aber es ist leider häufig so, dass eben die Profitgier größer ist als die Qualität. Und dann wird er halt gespart an so einem Motor, damit man ein bisschen Geld über hat, wenn man so ein Fahrzeug verkauft. Und dann kriegt man meistens so einen Schrott. Ja, Schaltwalzenbolzen habe ich schon geschraubt und eingepresst. Und wir fangen mal an, mit dieser Seite hier das Lager zu setzen. Ich mache das immer mit dem Brenner. Ihr könnt das Gehäuse auch auf die Herdplatte packen oder in den Backofen zum Erhitzen. Das bleibt euch überlassen. Ja, und Celine möchte die Saison starten mit ihrem Mopad. Freut mich auch, dass jüngere Leute jetzt da auch noch Interesse dran haben. Das ist ja immer so eine Sache. Die meisten haben da ja nicht mehr so ein Interesse dran, mit dem Mopad rumzufahren. Wir haben uns früher wirklich wie Bulle gefreut mit 15, wo wir dann mit der Mofa losgeschossen sind. Und ja, mich freut das dann immer, wenn die Jugend von heute da auch noch ein Interesse dran hat. Und wenn sie jetzt dann mit ihrem Papa so ein Fahrzeug zusammenbaut, das ist ja einfach mega. Und deshalb habe ich auch gesagt, klar, zu ihrem Vater machen wir ein Video, dass sie bei mir bei YouTube ist mit ihrem Motor und dem Wunsch, klar, erfülle ich ihr. Das strahlt auch meine Augen, wenn ich sowas dann höre. Und er schickt mir dann immer Bilder, wie er dann mit seiner Tochter in Gang ist, mit dem Mopad. Einfach klasse. Auch an ihn echt Daumen hoch, dass er das mit seiner Tochter zusammen macht und da auch Spaß dran hat. Er hatte mir auch erzählt, dass er früher auch eine hatte, die er aber verkaufen musste oder aus irgendwelchen Gründen. Und ja, dass da jetzt auch irgendwie so eine Kindheitserinnerung hochkommt bei ihm, ist natürlich so. Das reicht. Natürlich auch eine schöne Sache und wenn man das noch mit der Tochter machen kann, ist natürlich dann noch schöner. Ja, so, dann werden wir mal Sicherungsring setzen. Und dann machen wir drüben weiter. Ich hatte vorher schon mal geguckt mit meinen Lager-Dummys, ob die Kurbelwelle mittig im Gehäuse sitzt. Das tut sie aber, dass ihr da vorher einmal guckt. Bei den Original-Gehäusen passt das meistens, dass die Welle nachher hier mittig im Gehäuse sitzt. Aber bei den Zubehörern ist manchmal so eine Sache. Ich nehme dann meine Lager-Dummys, kriege die auch bei mir im Shop, um das eben auszumitteln. Ja, mit dem Heißmachen, das ist so eine Erfahrungssache. Ich fange da jetzt nicht mit dem Thermometer an oder sowas. Wenn ihr so einen Motor natürlich machen wollt selber, dann macht das lieber ein bisschen mit dem Thermometer, so circa 110 Grad. Sollte ihr das Gehäuse schon haben. Bei Nachbaugehäusen muss man ab und zu teilweise ein bisschen mehr Hitze reinbringen, weil die sehr passig sind. Und deshalb müsst ihr da immer ein bisschen ausprobieren, wann das Lager da reingeht. So, das reicht. Und das Letzte hier vorne noch. Dann natürlich aufpassen, dass ihr das andere Lager nicht trefft mit der Flamme. Sonst macht ihr das kaputt. Dann überhitzt das. Deswegen immer hier so ein bisschen aufpassen. Und wenn ihr jetzt nicht so geübt ist mit der Flamme oder so, dann macht das lieber auf der Heizplatte warm. Oder im Backofen das Gehäuse. Und das ist auch so ein bisschen immer, das wird immer so heiß gekocht, die ganze Geschichte. 10 Grad mehr oder weniger. Ja, muss man jetzt nicht so auf die Goldwaage packen, wenn das jetzt, ob das 110 oder 120 Grad ist, das Gehäuse. Ja, das spielt mir auch keine Geige. Man sollte es natürlich nicht zu stark erhitzen, aber die Leute... Na, jetzt muss ich hier einmal nachhelfen mit der Schlaghöse. Da bitte nur mit Schlagwerkzeug. So, jetzt ist das Ganze machen, dass ihr eben die Kraft verteilt aufs ganze Lager. Und nicht, ja, da jetzt haben wir einseitig geschlagt oder so. Das ist natürlich nicht gut. Da müsst ihr immer ein bisschen aufpassen. Ja, wir werden uns jetzt mal die Kurvewille setzen. Na, der zündet nicht richtig. Jetzt muss ich gleich mal neue... Neue Gas-Kartusche mal einsetzen. So, das reicht. Zack, Welle rein. Das war's. Wir können natürlich zwischendurch die Lager ruhig ein bisschen ölen. Das ist natürlich auch nicht verkehrt. Ich benutze dafür jetzt so ein Montageöl. Ihr könnt aber auch ganz normales Getriebeöl benutzen. Das bleibt euch überlassen. Machen wir hier auch nochmal ein bisschen was rein. Und dann halte ich einmal kurz die Lager vor fürs Getriebe, dass wir das Getriebe gleich einmal einsetzen können. Übrigens, Leute, ich habe einen kleinen Fehler eingebaut ins Video. Wer den findet, geht um eine Komponente hier in dem Motor, die ist falsch zusammengebaut gewesen. Und ja, wer die findet, schreibt mir bitte einen Kommentar unter. Und ich los dann denjenigen aus und er kriegt eine Kleinigkeit von mir als Gewinn, wer das findet, wo der Fehler lag. Also wer genau hingeguckt hat, dem ist das vielleicht aufgefallen, dass ein Bauteil nicht richtig war zum Einbau. So, dann setzen wir uns jetzt das Getriebe hier rein. Ein bisschen klopfen. Das sitzt, dreht sauber. Ich habe natürlich vorher geguckt, dass das ja auch vernünftig ausgeglichen ist. Dass eben die Getrieberäder auch miteinander fluchten. Kickstatterritzel natürlich einlegen, nicht vergessen. Und immer kontrollieren, ob alles schön flutschi-mutschi funktioniert. Ob sich das sauber drehen lässt. Das ist eben halt wichtig. Ja. Nicht, dass es da schon zu Verspannung kommt. Und ja, ihr setzt nachher alles zusammen und dann ist alles verspannt. Wenn das Gehäuse, dann die andere Gehäusehälfte draufkommt. Deshalb immer vorher nochmal kontrollieren. Ja, ich packe die andere Gehäusehälfte auf die Heizplatte. Die kann schön durchtempern. Die anderen Lager können wir uns hier noch setzen. Na, bleib hier. Das für die einmal aufsetzen. Sorry Leute, Akku war alle. Also Lager für Kurvelle und Abtriebswelle, Getriebe sind auch noch raufgekommen. Natürlich, klar, die kommen vorher rauf. Man kann sie auch später setzen. Einige bauen noch die Motoren andersrum. Das heißt, erst jetzt Gehäuse rauf, dann die Lage einsetzen. Ich mache es immer so rum. Finde ich halt irgendwie schöner. Ist halt Geschmackssache. So, dann kommt da ein bisschen von meiner Dichtmasse rauf. Wirklich nur ganz bisschen. Ich mache das bei allen meinen Motoren so. Und habe damit noch nie schlechte Erfahrungen gehabt. Ich möchte halt, dass die wirklich auch nachher dicht sind. Und wenn man dann doch mal einen kleinen Lunker irgendwo hat, gerade bei älteren Gehäusen, also gebrauchten Kanten, kann das doch schon mal sein, dass irgendwo eine Unebenheit ist. Und das möchte ich halt hiermit ausschließen, dass da irgendwo was nachher undicht wird. Das wäre natürlich der super GAU. So, dann legen wir schon mal die Dichtung auf. Gehäuse ist auf der Heizplatte. Wärmt jetzt vor. Und wir können dann eben gleich das Ganze hier zusammensetzen. Die Seite natürlich auch noch ein bisschen. Das Schöne bei dem Dichtmittel ist auch, ich zeige euch das gleich in die Kamera, wer sich sowas holen will. Das kostet zwar ein paar Mark, aber ihr habt halt den Vorteil, wenn irgendwo mal ein bisschen was reinquillt oder so, ist es halt nicht schlimm. Bei Silikondichtmasse bin ich irgendwie nicht so der Freund von. Klar habe ich damit früher auch gearbeitet, brauchen wir uns ja nichts vormachen, aber ich bin irgendwann auf diese Dichtmastung umgestiegen von P-TECH, vielleicht eine Dichtung. Weil ich es hier halt schöner finde. Das mit dem Silikon, dass das matscht nachher alles rum und hängen die überall die Würste rum und so. Das ist nicht so meins. Und hier kannst du halt wirklich sauber nachher abwischen, das Gehäuse. Und ja, selbst wenn ein bisschen was reingeht, ist das nicht schlimm, dass da irgendwie was passiert. Bei dem anderen ist es doch, ja, auch eine optische Sache, finde ich. Und verabendungstechnisch ist es halt schöner hier, das hier. Ja, kostet aber halt auch ein bisschen mehr. Aber daran soll es nicht scheitern, denn ich will das ordentlich haben. und da kommt das dann auf den Euro auch nicht drauf an. Ja, die Gehäusehälfte ist jetzt auf Temperatur gleich. Ich muss euch mal ein bisschen hier rüber nehmen, weil ich hier gleich ein bisschen Platz brauche zum Klopfen. Schrauben fürs Gehäuse habe ich hier auch schon liegen. Das muss gleich eh, also ich ziehe das einmal kurz an, handwarm, und dann muss das eh abkühlen und dann wäre das nachgezogen, weil eben das Gehäuse jetzt sich ausdehnt durch die Hitze und wenn wir das jetzt aufsetzen und gleich anziehen würden und dann nicht nochmal nachziehen würden, kann das sein, dass das wieder bei Kälte geschrumpft ist, leicht, und dann eben die Schrauben nicht die richtige Vorspannung haben, wie sie haben sollen. Ja, Gehäuse ist auf Temperatur. Dann können wir uns das jetzt hier aufsetzen. Wie gesagt, wichtig, Kickstarter-Ritzel, dass das drin ist. Achtet darauf, dass das eben alles safe ist. Das war's schon. Übrigens, hier unten bei dem Gehäuse, ist hier unten, seht ihr jetzt, guckt hier die Dichtung weiter raus, ist hier ein Riss gewesen. Das heißt, hier ist der Motor mal irgendwo aufgeschlagen. Ist in dem Fall jetzt aber nicht schlimm, weil da ist so eine Kammer drinne und ja, hat also mit dem normalen Bauraum vom Motor nichts zu tun und von daher braucht man sich da auch keine Gedanken machen. Das hat man öfters mal, dass das hier irgendwie da gerissen ist. Aber ihr müsst eben gucken, ob das Gehäuse ja, zum Hauptkern heil ist und da keine Risse aufweist. Und dann ist das alles kein Problem, das aufzubauen. Und auch nicht anfangen, hier wieder versuchen, rückzuverformen, mal so umbiegen, bricht euch ab. Deswegen, ich lasse das dann so. Ist halt optisch von unten, das sieht man sowieso nachher nicht. Und es ist jetzt nicht schlimm. Nur jetzt da irgendwie jetzt rumzubiegen und so, macht keinen Sinn. Da macht ihr das dann noch schlimmer mit. Ja, ich ziehe den mal erstmal einmal mit der Hand an und dann werden wir gleich mit dem Drehungsschüssel die nochmal nachsetzen, wenn das Gehäuse abgekühlt ist. Gleich gucken wir nochmal, ob alles freigängig ist. Dann werden wir nochmal ein bisschen klopfen müssen. Das ist meistens so, um eben die Verspannung rauszubekommen aus dem Gehäuse. Das ist ganz normal. Wir gucken mal, das dreht sich aber alles bis auf die Kurve. Die ist ein bisschen stramm. Jetzt geben wir ein paar Schläge und zack, und zack, siehe da. Das ist alles schön gleichgängig. Ihr seht, so muss es halt sein. Und wenn das nicht der Fall ist, dann bitte gucken, dass ihr die Verspannung da rausbekommen und zur Not nochmal Setzschläge geben, dass ihr nochmal nochmal ein paar Schläge aufs Gehäuse gebt, dass eben diese Verspannung rausgehen, dass die Kurve sich wirklich leicht drehen lässt und Getriebe eben halt genau dasselbe, dass das eben leicht und flockig funktioniert. Sonst eben nochmal immer zack, zack, ein paar Schläge geben, weil die Lager teilweise, gerade das 6000er hier im Sitz nicht richtig drinnen sitzt und dann müsst ihr nochmal einen kleinen Schlag geben. Ja, das ist immer auch abhängig vom Gehäuse. Bei originalen Gehäusen geht das immer sehr gut. Nachbau ist auch wieder so eine Sache, dass die teilweise sehr stramm sitzen. Ja, ich lasse das jetzt abkühlen, dann werden wir hier, Ölleitscheibe kommt dann hier rein und dann müssen wir es hier noch ausgleichen und dann setze ich die Wellenlichtringe und Dichtkappe und dann machen wir mit dem Primärantrieb und Kupplung weiter. Ja, Gehäuse ist abgekühlt, dann können wir das jetzt einmal mal nachziehen. Ich benutze einen Drehungsschlüssel 9 Newtonmeter, 9 bis 10 und dann können wir Ölleitscheibe reinsetzen. Ich habe mir das jetzt schon ermittelt, welches Maß ich brauche, kommt eine Ausgleichsscheibe hier rein und dann eben der Sicherungsring. Scharfe Kante zu euch. Wie ihr habt. Zack. Und das muss ich halt leicht flutschig noch bewegen lassen, so mache ich das immer. Dann passt das hinten auch ausgleichen und dann eben Dichtkabel CNC mit Dichtring aufsetzen. Ich drehe die mir so ein bisschen schräge rauf und dann passt die Geschichte. Jo. So. Dann wollen wir die einmal anziehen. Darauf achten, dass die wirklich mittig sitzt. Sonst reibt sich nachher der Wellenlichtring auf. Habe ich in anderen Videos auch schon mal erwähnt, dass sonst eben der auf einer Seite stramm anliegt und dann ist die Belastung da zu hoch und dann reibt er sich da kaputt. Deswegen eigentlich die Dichtkappen müssten eigentlich auch flach sein oben. Wäre schöner, dass man da gar keine Senkung rein macht. Gefällt mir immer besser. Dann kann man das doch noch schöner ausgleichen. So. Dann ziehen wir die einmal an. Das war's schon. Das sieht gut aus. Noch mal gucken, ob sich alles schön frei dreht. Dann können wir jetzt Wellenlichtringe setzen. Ich nehme hier immer noch ein bisschen Buchsenlagerkleber. Kennt ihr auch aus anderen Videos. Jetzt bitte keine Kommentare, warum Buchsenlagerkleber. Es funktioniert einfach. Ich habe den hier ein bisschen eingeölt innen drin. Es funktioniert mit dem Buchsenlagerkleber und fertig aus in dem Gelände. Ob das nun dafür geeignet ist, spielt eine andere Rolle. Ja, ich nehme mein Schlagwerkzeug. Damit haben wir den sauber eingesetzt. Den Wellenlichtring. Den gehen wir auf der anderen Seite. Da geht es weiter. Nicht vergessen, hier Sprengring oder Sicherungsring setzen und eben auch den Wellenlichtring hier. Es funktioniert halt mit dem Buchsenlagerkleber. leicht mit der Hand andrücken und dann mit dem Schlagwerkzeug einsetzen. Geht wunderbar. Nochmal abwischen hier und schon haben wir das Ganze flutschi-mutschi eingebaut. Ja, dann können wir jetzt weitermachen mit der Kickstarter-Einheit. Die setze ich jetzt erst mal ein. So, sieht das Ganze aus. Dass wir uns das hier einmal einsetzen. Ich nehme euch hier mal ein bisschen dichter mit ran. Dann seht ihr ein bisschen besser was. Ich muss immer gucken, dass ich mir nicht den Weg versperre hier. So, entspannen wir uns die einmal vor. So, die Schraube. Ist jetzt natürlich mit einer Hand ein bisschen schwierig, aber von der Seite jetzt hier. Aber auch das kriegen wir hin. Na, was ist jetzt hier? Sitzt die nicht richtig drin? Mensch. Was ist hier los? So, jetzt. Die saß nicht richtig in ihrer Führung. Immer noch nicht. Da soll die eigentlich gar nicht sitzen. Die muss da dran vorbei. Das ist manchmal so jetzt. Jetzt sieht das besser aus. Oh, ich muss mal auf die andere Seite, Leute. Das ist als Rechtssender von der Seite hier ist wirklich blöd. Aber ihr wollt ja auch was sehen. Na, komm mal her. So, jetzt. Hat er verspielt. Ich benutze immer die Federn von Ronge Motorsport. In meinen Augen auf dem Markt die besten. Weil die die es sonst so gibt die sind teilweise viel zu dick. Und dann habt ihr nachher Probleme hier mit der Schalt, mit der Hohlwelle immer eine Schaltwelle. Wir können das jetzt mal kurz testen. Dass die eben relativ spielfrei da auch drauf sitzt. Dass dann nichts irgendwie wackelt. So, ihr seht fast kein Spiel. Das liegt aber auch teilweise an denen. So, ich habe jetzt nochmal das Schutzblech nochmal bearbeitet. Hier ein bisschen was weggenommen. Dass es halt ein bisschen weniger Spiel hat nachher das Ganze. Also, das gefiel mir nicht. Das war mir doch ein bisschen zu viel Spiel von der Schaltung. Ihr wisst ja, überall wo man das minimieren kann ist natürlich auch nachher vom Schaltvorgang um einiges besser. Als wenn ihr da jetzt überall Spiel habt und jeder Millimeter summiert sich und am Ende merkt ihr das doch, dass es natürlich viel besser schaltet und ihr viel besser den Kontakt habt. Ja, jetzt nochmal das Ganze. Ihr dürft da natürlich nicht zu viel wegnehmen. Dann passt das Ganze natürlich auch nicht mehr. Jetzt wollen wir mal gucken. So, jetzt haben wir hier kein Spiel mehr. So, so würde ich es haben. So gefällt mir das. Ja, ist halt wichtig, weil wenn ihr hier schon überall Spiel habt, dann habt ihr auch naja, beim Schalten immer mehr Spiel bei der Schaltwalze, beim Schwenkhebel und so weiter und das summiert sich dann und ich gucke halt, dass das sehr spielfrei verbaut ist. Das ist halt immer wichtig. Kupplungshebel. Da ist auch oft das Problem, der Gummiring, der dabei ist, der da drauf ist, der passt meistens nicht, also ist meistens zu klein. Die Gehäuse sind hier teilweise ein bisschen ausgearbeitet in der Führung und da nehme ich immer einen anderen Dichtring, 8,3 mal 2,4 den ich hier drauf mache und somit ist das dann auch wirklich dicht nachher, weil hier soll das ja ja nachher dicht sein wegen Wasser, dass da nichts reinkommt und der, den ich jetzt hier habe, den Dichtring, der geht richtig schön saugend rein und der andere, der fiel wirklich rein. Also da war nichts mit Abdichtung. Deshalb da auch immer drauf achten, ansonsten bestellt euch einen anderen Dichtring, dass ihr da eben ja auch wirklich das Ganze dicht habt hier oben, weil sonst läuft euch das Wasser ins Getriebe rein und das wäre natürlich nicht so schön. Werdet ihr dann beim nächsten Ölwechsel sehen, wenn ihr schön Cappuccino Öl habt und das schön weiß aufgeschäumt ist. Daran seht ihr das meistens. Ja, das sieht doch schon mal sehr gut aus alles. Oder was sagt ihr? Mir gefällt das auf jeden Fall. Das wird ein richtig schöner Motor. Ja und das Getriebe, die Getriebeteile, Céline, die kriegst du von mir zu Ostern so. Das war ja eigentlich ursprünglich, wollte ich das überholen mit deinen Getrieberädern, aber ich hatte noch ein anderes Getriebe da und dann überlasse ich dir das jetzt einfach mal so. Gut, wo machen wir weiter? Wir wollen jetzt anfangen eben Primärantrieb und so weiter zu verbauen, aber als erstes werden wir erst mal Schwenkhebel und die Schaltwalze einsetzen, weil das kriegen wir natürlich sonst nicht mehr eingebaut, wenn wir jetzt zuerst den Primärantrieb da einsetzen würden. Ja, Schwenkhebel ist auch ein neuer. Der andere, der war ausgejackelt. So, jetzt müssen wir uns gleich das andere da brauche ich mal eine Mutterchen dausen, eine Mutter. Den können wir gleich mal ein bisschen rausdrehen. Man hat ja so doch, man weiß ungefähr, wo der in etwa stehen soll. Das sieht schon ganz gut aus. Scheidung stelle ich aber nachher nochmal in Ruhe, dass das erst mal so sitzt. So, 13er. Ziehe ich das erst mal kurz hier an und dann brauchen wir Ausgleichsscheiben. Muss ich euch mal wieder beiseite nehmen. Ich schubs euch auch hier mal hin und her, wa? Naja, so ist das. Das wäre einmal das Axialspiel ausgleichen vom Schaltwalzenbolzen. Da müssen wir jetzt mal gucken, dass wir da so fast auf Null kommen. Das sollte schon sehr spielfrei sein. Da auch wieder umso besser schaltet das Ganze nachher. Ja, der ist zu stramm. Das heißt, wir brauchen ein bisschen dünner ist. Na, komm raus hier. Edelstahl. Nichts magnetisch. So, messe ich mal ganz kurz, was der hatte. Bevor ich hier lange rumsuche. 1,46. Wenn wir den mal testen hier. Der sollte eigentlich ganz gut passen. Ja, der ist perfekt. Gut, dann kann ich jetzt hier ein bisschen Schraubensicherung drauf machen, dass sich da nichts mehr löst. Und das Ganze hier eben anziehen. So, und der hat kein Spiel. Das ist wunderbar. Ja, dann können wir uns die anderen wegpacken. Ich habe immer in sämtlichen Dicken alles da. Seht ihr ja in verschiedenen Ausführungen. Braucht man aber auch, wenn man öfter Motoren macht, dass man das eben vernünftig auch alles ausgleichen kann. Ja, dann setzen wir uns den mal hier. Ein bisschen Öl. überall ran. So, zack. Das sitzt auch. Dann kann jetzt der Rasthebel rein. Richtig, hier kommt noch eine Hülse unter. Dann können wir uns den hier festschrauben. Mutti, 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 Mutti. Ein bisschen Schraubensicherung hier wieder. Und dann kommt gleich noch eine neue Feder rein. Und dann, Leute, können wir nämlich die Kupplung montieren. ich habe auch das Kupplungspaket nochmal zerlegt und nochmal alles geölt. Die kommen meistens trocken, finde ich nicht so schön und auch nochmal ausgerichtet, dass beim Zusammenbau das auch wirklich passt. Dass da eben nichts irgendwie verspannt oder verklemmt ist. Aber ich verstehe auch nicht, warum die immer trocken zusammengebaut werden. Könnte man ja auch mal einen Tropfen Öre machen. Wäre ja auch nicht verkehrt. So, Federchen. Zack. Da nochmal runterdrücken. Jetzt sitzt sie. Wunderbar. Ja. Ja, weiter geht's mit dem Primärantrieb. Ich habe schon mal den Sicherungsring hier gesetzt für die Welle und hier den Halbmond-Kurbelwelle. Dann können wir uns hier das Ganze aufstecken und festziehen. Hier trotzdem nochmal ein bisschen Schraubensicherung ran. Und das Ganze festschrauben. Ich blockiere das mal hier. Geht's hier weiter. Zack. Dann brauchen wir eine Ausgleichsscheibe für den Primärantrieb. Mal gucken, was wir hier nehmen. Ich nehme mir mal gerne hier eine etwas flachere oder dünnere, sagen wir es mal so. dass das Zahnrad auch wirklich flächig aufsitzt da. So, ein bisschen Öl hier. Hier machen wir auch ein bisschen was rein. Und dann seht ihr, jetzt habe ich hier das eben bündig. Wenn ich jetzt eine dickere Scheibe unten nehme, dann kommt er halt zu hoch, der Primär. Ihr müsst halt auch hier hinten gucken, dass er hier nicht bei der Schaltwalze irgendwo schleift. da müsst ihr eben halt darauf achten. Jetzt gucken wir mal die dickere kann vorne oder oben drauf jetzt hin. Jetzt muss ich mal sehen hier, welche dicke ich dann nehme. das müsst ihr halt immer ausgleichen. Die ist ein bisschen zu dick. Die habe ich auch in verschiedenen Dicken da. Solltet ihr euch auch besorgen, wenn ihr Motoren macht, dass ihr das auch wirklich ausgleichen können vernünftig. und nicht da irgendwie jetzt irgendeine Scheibe da rein macht. Das muss ich mal sehen hier. Na, kommen wir hier. Die ist jetzt dünn. Wir haben das gleich, Leute. Die passt. Oder? Das ist manchmal ein bisschen tricky. Da muss man halt ein bisschen gucken, dass man die richtige dicke findet. Die ist gut. dass wir eben gleich noch minimal Luft haben hier mit der Kupplung. Ja, Axial-Spiel ist minimal da. Könnte aber noch ein bisschen weniger sein. Das ist ein bisschen viel. Da muss man halt so ein bisschen schauen. Jetzt muss ich mal jetzt messe ich das Ganze mal fix. Damit ich hier nicht ewig rumsuchen muss. So, ein Millimeter hat die. Ein Millimeter. Also, eine 1,2er brauchen wir. So, die das sollte jetzt funzen. Minimal-Spiel ist da. Das passt. Scheibe. Ich nehme immer die Schnurrscheiben. Das kann aber jeder selber für sich entscheiden, wie er das sichert. dann ziehen wir dann ziehen wir uns das hier mal an. Zack. Das war's. Ja, Minimal-Spiel ist da. Das reicht. passt. Das passt. Gut, dann können wir jetzt die nadelgelagere Druckplatte und die Druckstange einsetzen. da sind sie. Druckstange und die nadelgelagere Druckplatte. Hier natürlich auch wieder Öl auf die Druckstange rauf, dass die ein bisschen vorgeölt sind. Das funzt. Das funktioniert. Ich packe mal ganz kurz die ganzen Scheiben hier weg. Zack. Wieder in die Kiste rein. Nadellager von der nadelgelagerten Druckplatte kriegt natürlich auch ein bisschen Öl. Das ist logisch. Dann setzen wir uns das hier einmal zusammen. Ich probiere jetzt erstmal die kurze Variante. Das ist nämlich immer besser, weil sonst kommen wir nachher oben an den Deckel zu weit ran. Mal gucken. Ja, die passt. Das sollte funktionieren. Versuche natürlich immer so wenig wie möglich hier raus zu kommen, weil sonst habt ihr manchmal das Problem, aber das passt, können wir sogar noch ein bisschen lockern. Habt ihr das Problem, dass das beim Kupplungsdeckel bei der Kunststoffschraube schleift? Das wollen wir natürlich nicht. Jetzt muss ich mal gucken, wo wir hier die kleinen Sicherungsblechchen haben. Da sind sie. den Kumbi Schräubchen und dann geht es hier auch schon gleich weiter. Ach, der Schlüssel. Dann können wir hier weitermachen. Man könnte das auch ohne die Bleche jetzt mit Schraubensicherung aber ich mache das jetzt so. Ist ja auch so vorgesehen bei der Winandi-Druckplatte und dann machen wir es auch so. Ich hoffe, ihr habt schon alles für Ostern bereit gemacht, denn heute ist ja Ostern und ich hoffe, ihr seid ordentlich am Suchen mit den Kindern, dass der Osterhase fleißig war. So, wenn ich mal die Koppelung betätigen. Obst, hat er abgerutscht. Er hebt sauber ab, trennt auch super. doch, jetzt passt das. Das können wir so lassen. Ich habe mal eine Bitte an Winandi. Vielleicht sehen ja irgendwelche das Video, den Schlüssel, den ihr dazu packt immer. Der ist für die Mülltonne. Wirklich, damit kannst du nichts anziehen, weil er sofort kaputt ist. Ich weiß, die soll jetzt auch nicht mega festgezogen werden, hier die Mutter, zum Kontern, aber man kriegt nicht mal die einigermaßen angezogen mit dem Schlüssel, der dabei ist. Ich kann es ja mal ganz kurz demonstrieren. Wir nehmen jetzt mal den von Winandi hier und ziehen mal hier an. Zack, übergedreht und der Schlüssel ist komplett aufgegangen. Also Trompetenblech, sage ich dazu immer. Ist natürlich ärgerlich für denjenigen, der das machen möchte, hat keinen anderen Schlüssel da. Der steht dann natürlich da, wie so ein Blödel und muss sich irgendwas überlegen, wie er das Ganze im Endeffekt dann kontern kann oder festhalten kann hier. Ist natürlich dann nicht ganz so schön. Deswegen packt da doch bitte wie andere Hersteller auch einen vernünftigen Schlüssel mit bei, dass man da jedenfalls die Mutter mit fest kriegt. Das wäre ganz praktisch, dass das auch funktioniert das Ganze. Ja, den Part hatten wir auch erledigt. Kupplungshebel steht gerade aus 90 Grad zum Gehäuse. Ja, dann setzen wir jetzt mal die Dichtung auf und dann werden wir den Kupplungsdeckel mal aufsetzen. Aber bevor wir das jetzt machen, werde ich erstmal ganz kurz das Getriebe einstellen, weil das ist ein bisschen einfacher, wenn man das jetzt noch offen hat, dann kann man besser oder kann ich immer besser sehen, was da los ist. Das gefällt mir immer ein bisschen schöner, dass man da eben sieht, was man da einstellt. So, das war's. und dann werden wir mal gucken, was die Gänge sagen, ob wir da irgendwo in die Richtung hinkommen, das werden wir definitiv einstellen müssen. Das ist nun mal so, in den seltensten Fällen passt das gleich. Deswegen werde ich jetzt hier nochmal durchschalten. Ja, da muss nochmal justiert werden, das Ganze. Aber das ist ja nicht schlimm. Die muss noch ein bisschen weiter raus. Mit der Zeit hat man das im Gefühl, wie das sein muss, dass das eben passt mit der Einstellung. So, da müssen wir das will einmal hindrehen. Das ist halt einfacher oder ich finde es persönlich einfacher wenn das noch offen ist, dass man was dann macht ist, wenn es trocken ist, ist, aber gehen mal gucken, ob die Schaltklaue lose ist bei dem Gang. Dann ist natürlich jetzt wenn das nicht läuft, natürlich ein bisschen hakelliger, als wenn der Motor jetzt läuft. Aber funktionieren alle. Super, so kann das bleiben. Dann passt das auch. Nachher wenn der Motor läuft, dann gehen die Gänge auch besser rein. Ist natürlich jetzt auch kein Öl dran und so. Und dann lässt sich das eben bisschen schwer gegen hier durch schalten. Das ist nun mal so. Gut ihr Lieben, dann werde ich mal den Kupplungsdeckel aufbauen und dann setzen wir den drauf. Ja, Dichtung sitzt, Dichtmasse ist auch drauf. Dann habe ich hier Wendlichtring gesetzt und wir machen jetzt noch mal ein bisschen Öl hier an die Schaltwelle und dann setzen wir uns den Deckel einmal so ein bisschen bewegen Zack Schraubchen rein anziehen und dann kommen gleich noch die Deckel zum Öl einfüllen und zum Kupplung einstellen. Gut in dem Fall müsste man jetzt eh den Deckel runternehmen, den Kupplungsdeckel, wenn man die Kupplung nachstellen möchte. Aber die Deckelchen müssen ja rauf. Gut die Schrauben wirklich nur so handwarm anziehen, dann hier so ein bisschen die Dichtmasse, was da rausgekommen ist, wegnehmen und die beiden Kappen oder Dichtkappen. Sogar aus Aluminium bekommst du von mir ja welche. Ich mache hier mal noch so ein bisschen Fett mal rein, nochmal ins Gewinde und oben damit der Dichtring. Wenn der ziemlich komplett trocken eingesetzt wird, dann habt ihr oft das Gummiring sich komplett verdreht. Und das ist ja nicht so schön. Die ziehe ich sowieso nicht so fest, weil die müssen ja sowieso wieder aufgemacht werden. Oder jedenfalls die zum Öl einfüllen. Deshalb mache ich die jetzt nicht ganz so fest. Zack, zacki zack. So fett ein bisschen wegwischen. Ja, sieht doch schon wunderprächtig aus, muss ich sagen. Gefällt mir richtig gut. Dann geht es weiter mit dem Kolben und Zylinder. Einmal das Nadellager ein bisschen einölen hier. Ihr könnt auch normales Zweitaktöl nehmen. Ihr müsst jetzt kein spezielles Montageöl nehmen. Dann fetten wir uns mal die Anlaufscheiben hier an. Heften uns die hier einmal gegen. So mache ich das hier auf jeden Fall. Man kann die auch von der Seite her reinschieben, aber ich finde das immer ein bisschen fummelig. Deswegen mache ich das immer so. Dann setzen wir uns den Kolben an und schieben uns den Kolbenbolzen einmal durch. Da auch ein bisschen Öl oder Montageöl rein. Zack, das war es schon. Natürlich darauf achten, dass der Pfeil zum Auslass zeigt. Das ist wichtig. Und jetzt müssen wir noch die Kolbenclips setzen. Ich habe dafür extra ein Werkzeug. Habe ich auch ein extra Video zu bei YouTube, wer da Interesse dran hat. Deswegen gehe ich da jetzt nicht so näher drauf ein. Ist auf jeden Fall von Naraku so ein Werkzeug, wo man den Kolbenclip, den C-Clip damit montieren kann. Ist halt ein bisschen einfacher die Geschichte. Jetzt gucke ich nochmal, ob da wirklich auch die Öffnung nach oben sitzt. Wobei die C-Clips, ich mache sie trotzdem immer nach oben oder eben nach unten die Öffnung. IC Clips, dass die raus springen, ist schon sehr unwahrscheinlich. Also die normalen, ja, kann mal passieren, wenn die falsch montiert sind oder wenn die Vorspannung kaputt gemacht wurde. Man sollte auch nicht da anfangen, die wieder aufzubiegen, die Vorspannung wieder herzustellen und dann wieder verwenden. Dann lieber neue. Ja, seht ihr überhaupt was? Ja. Der sitzt auf. Jetzt gucke ich nochmal. Ja, Öffnung ist nach oben. Perfekt. Ja, machen wir hier ein bisschen Öl drauf. Das reicht schon. Das ist wirklich nur, dass das leicht benetzt ist hier das Ganze. Immer nochmal kontrollieren, ob die Anlaufscheiben auch wirklich drinnen sitzen. Denn das kann auch mal passieren, dass die mal runterrutschen. Und dann habt ihr auch ein Problem. Dann sind die irgendwann unten im Motor. Ja. Und dann knallt es einmal laut. Werdet ihr auf jeden Fall mitbekommen bei der ersten Probefall. Hier unten ins Nadellager vom Pleuel habe ich auch ein bisschen zweiter Öl schon mal reingemacht, dass das nicht trocken läuft in der ersten Zeit. Das ist halt alles wichtig, weil in der Anfangszeit kann das natürlich sein, dass noch nicht überall Gemisch hinkommt. Und vor allen Dingen dauert das auch immer eine Weile, bis sich das Gemisch überall anhaftet, also das Öl, der Ölnebel. Und deshalb mache ich dann immer vor, überall ein bisschen Öl rauf, damit hier nichts irgendwie trocken läuft in der Anfangszeit. Weil nachher, wenn der Motor gelaufen hat, dann habt ihr sowieso unten meistens Öl stehen in der Kurbewellenkammer. Das ist ganz normal, dass sich das da eben auch teilweise ein bisschen sammelt und abschlägt. An den Wänden und dann läuft das teilweise runter. Gerade wenn ihr so Motul 800 oder so fahrt, was ja eigentlich ja nicht verbrennt. Es schmiert gut, aber das läuft euch auch so überall wieder raus. Ist halt vom Flammpunkt eigentlich viel zu hoch für den normalen Motor. Deswegen braucht man das hier auch nicht bei so einem Serienmotor. Gut, Dichtung rauf. Natürlich den Kolben erstmal beiseite. Und guck mal gleich mal das Quetschmaß. Und wenn das erstmal den Zylinder montieren, dass wir da mal gleich gucken, wo wir da im Quetschmaß landen. Das ist ein Original DDR-Zylinder mit Venandi-Kolben. Jetzt stelle ich mir mal kurz das hier so ein bisschen hin, dass ich hier nicht gleich lange suchen muss mit den beiden Nuten. Ich mache das so, dass ich immer erst den oberen einfädel. Dann drehe ich mir das hier einmal so um. Dann die unteren Nut. Und dann setzen wir ihn rauf. Das war's schon. Dann machen wir uns hier mal eine Mutter rauf, dass wir hier den Motor durchdrehen können. Und dann werden wir gleich den Zylinderkopf montieren und eben einmal schauen, wie das Quetschmaß ist. So, die Spaghetti ist rein. Die Gummipuffer. Natürlich neue. Und dann werden wir uns mal den Zylinderkopf aufsetzen. Den habe ich auch einmal übergestrahlt, dass der wieder ein bisschen flott aussieht. Der sah nämlich auch nicht mehr so schön aus. Der war so ein bisschen, ja, schmantig, sag ich mal. Und damit das hier auch dann alles ein bisschen hübsch ist, habe ich dann auch einmal Glasperlen gestrahlt. Die Schrauben bitte auch so ein bisschen gleichmäßig anziehen, dass ihr den Kopf eben gleichmäßig runterzieht und nicht erst eine Mutter jetzt hier voll anziehen oder zwei, sondern alle nach und nach, dass ihr merkt, der Zylinderkopf senkt sich gleichmäßig nach unten. Sonst kann das eben auch passieren, dass der nicht plan aufliegt oder sich eben verkantet so ein bisschen. Dann ziehe ich den gleich einmal mit Drehmoment an. Ich nehme 10 Newtonmeter, da schreiten sich auch die Gelehrten, ob nun 7 und so weiter. Wir machen jetzt hier mit 10. und dann passt die Geschichte. Dann werden wir uns mal Lötze nehmen und einmal den Motor durchdrehen. Ich werde euch mal ein bisschen höher mitnehmen, dass ihr hier auch wieder was seht vom Geschehen. Ja, so biegen, rein, gucken, Kolben bis unten. So, dann führen wir uns das hier ein. Ich mache immer zu der Längsachse zum Kolbenbolzen. Dann gucken wir mal, was wir hier haben. So, jetzt habe ich hier 1, 2, 5. Also kann er noch ein bisschen runter. Dann müssen wir also eine dünnere Dichtung nehmen unten. Jetzt muss ich mal gucken, ob ich was dünneres da habe. Das ist nämlich schon eine dünne. Aber ich gucke mal, ob ich noch eine ganz dünne Papier habe. Dass wir ein bisschen noch ein Tick runterkommen. Lang Tuning, die hatten dazu auch gerade letztens ein Video gemacht. Ja, mit dem Quetschmaß, wie sich das verhält und so weiter. Ob das jetzt leistungstechnisch extrem viel bringt. Klar, wenn ihr jetzt zu groß das Quetschmaß habt, dann ist das natürlich kontraproduktiv. Das ist natürlich dann nicht gut. Zu klein ist auch nicht gut. Aber ich bleibe immer so bei einem Millimeter ungefähr. Also 0,9 bis 1 ist immer so mein Favorit. 1,1 ist auch okay. So, jetzt muss ich mal sehen, dass ich hier irgendwie nochmal eine Dichtung finde. Ich hatte auch welche mal aus Metall. Sonst muss ich gleich mal ins Lager. Und da nochmal eine aus Metall holen. Die sind nämlich schön dünn. Hier habe ich noch eine aus Kopf. Auch gut, ne? Die ist doch lecker. Die sieht gut aus. Die nehmen wir. Die sieht prächtig aus. Ziehen da wieder rauf. Und das Ganze nochmal wieder. Und dann wollen wir mal schauen, wo wir landen. Na? Da sitzt es noch nicht richtig drauf. Jetzt. Und dann gucken wir mal, wo wir hinkommen. Und dann sind wir hier auch gleich schon fertig. Da wird sie sich auf jeden Fall freuen. Na, bleibst du hier? Da wird sie sich auf jeden Fall freuen, dass ich ihr zu Ostern so ein schönes Video gemacht habe. Hoffe ich jedenfalls. Und das will ich doch hoffen. Ist auch ein sehr schöner Motor geworden jetzt. Da wird sie lange Freude mit haben. Und das ist auch das, was ich immer möchte. Dass man damit lange Freude hat. Und mit ruhigem Gewissen auch fahren kann, ne? Und nicht irgendwie Angst haben muss. Man bleibt an der nächsten Kreuzung wieder stehen, weil irgendwas kaputt gegangen ist. Oder wenn man eine Ausfahrt jetzt macht im Frühjahr. Das ist natürlich dann ärgerlich, wenn man da nicht mitfahren kann. Weil irgendwas wieder versagt hat. So, dann werden wir jetzt mal gucken. Wo wir da jetzt landen. Ja, guck mal Leute. Jetzt haben wir 1,03. Perfekt. Perfekt. Das ist doch super. Damit kann ich mich zufrieden geben. Vergaser habe ich schon durchgeguckt. Und auch eingestellt. Ist eine RVFK 16 von RZT. Die verbaue ich echt gerne. Habe auch draufgeschrieben mit 74er Hauptdüse. Damit derjenige weiß, was da drin ist. Und gegebenenfalls, wenn er jetzt dann noch mal ein Kerzenbild nachher guckt. Dann weiß man schon mal vorab, was da jetzt für eine Düse drin ist. Und muss nicht nachher ewig suchen. Sondern das schreibe ich immer mit drauf. Dass man schon mal einen Anhaltspunkt hat. Und wenn derjenige mir dann ein Kerzenbild schickt, dann kann ich ihm auch ungefähr sagen, welche Düse er dann rein muss. Das ist halt immer auch abhängig. Ich kann das jetzt hier von hier aus nicht abstimmen oder irgendwas. Weil das natürlich auch immer abhängig ist, wo wohnt derjenige. Welche Höhenlage und so weiter. Was für ein Auspuff. Luftfilter. Die nicht ganz so fest hier. Sonst zieht ihr euch den ganzen Vergaser krumm, den Flansch. Jetzt haben wir das. Dann wollen wir die Zündung nochmal draufsetzen. Dann müssen wir mal ganz kurz die Mutti einmal lösen. Zack, das war es schon. Dann müssen wir uns hier aber nochmal einen Halbmond reinsetzen. Ich hole mal kurz einen Halbmond und dann machen wir hier gleich weiter. Dann geht es weiter mit der Zündung. Hier kommt ein Dichtnubbel rein. Mal gucken, wo ich welche habe. Da habe ich noch welche. Dann machen wir mal einen Verschluss rein. Meistens sind die ausgehärtet und kaputt. Da gibt es einmal einen neuen frischen. Er ist eine 50. Kommt nach hinten. Also das ist das Kabel. Von der Zündung. Was ja hinten zum Herzkasten geht. Legen wir das einmal hier so rein. Dann können wir uns die Zündung einmal draufsetzen. Und schon mal leicht vormontieren. Müssen wir noch einstellen das Ganze. Neue Haltekralen. Guckt euch die alten an, wenn die noch gut aussehen. Klar könnt ihr die dann wieder nehmen. Aber sollten die irgendwie verbogen sein oder so. Dann nehmt bitte neue. Nicht, dass euch da die Zündung verdreht. Wäre dann auch ärgerlich. Deswegen dann lieber neue Haltekralen rein. Dann setzen wir uns das Polrad auf. Da bitte auch einmal gucken, dass hier nichts drin ist. Dadurch dass es ein Magnet ist, kann es auch mal vorkommen, dass sich hier irgendwie eine Mutter oder eine Unterrichtscheibe drin ist. Ja. Verehrt. Und dann sucht ihr euch da zu Tode. So, ich mache das einmal so. Einen kleinen Hammerschlag. Zack. Das sitzt. Dann nehmen wir uns den Gegenhalter. Dann wieder, wie gehabt. Scheibe. Und eine Mutter. Ich mache hier nochmal einen Klecks Schraubensicherung drauf. Dann kommt die Mutter drauf. Dann ziehen wir das Ganze hier einmal an. Wichtig, wenn ihr so einen Gegenhalter nicht habt, ihr könnt auch so ein Spannband nehmen. Geht auch. Aber fangt nicht an, da irgendwie mit dem Schraubenzieher rumzustochern, um jetzt das Ganze gegenzuhalten. Also jetzt nicht anfangen hier irgendwie mit dem Schraubenzieher und dann hier irgendwie rein und gegenhalten. Habe ich auch schon gesehen. Ich habe die Motoren hier gehabt, da sah die zum Platte aus wie die Mondlandschaft. Alles kaputt gemacht. Das ist natürlich ärgerlich. Dann war meine nagelneue Zündung dann zerstört. Ja. Und das muss natürlich dann nicht sein. So, jetzt drehen wir uns das Ganze erstmal auf OT. Also obersten Torpunkt. Bedeutet, dass der Kolben ganz oben ist. Und sich am Umkehrschluss befindet. Dass er wieder in die Abwärtsbewegung geht. Jetzt haben wir ihn auf 0. Und 1,5 kriegt er das 1. 1,5. Dann schaue ich, ob die Markierung passt. Die müssen wir natürlich hindrehen. Dass sie auf Strich steht. Und nachher am besten immer nochmal abblitzen. Das Ganze war das kann auch mal sein, dass die Markierung nicht ganz stimmt hier. Und dann verlasst ihr euch nämlich hier auf das, was hier steht. Laut Zeiger. Oder Markierung von der Zündung. Und das stimmt gar nicht. Es gab da mal einige. Also jetzt mittlerweile ist das wohl nicht mehr der Fall. Aber ich hatte schon mal zwei, wo das nicht stimmte, die Markierung. Deshalb immer nochmal abblitzen. Dann seid ihr auf der sicheren Seite. Gut. Und zum Schluss. Was kommt noch Leute? Eine frische Zündkerze. Und im Grunde kann man sagen, ist das eigentlich ein komplett neuer Motor. Also von den Bauteilen her. Ich mache hier auch immer nochmal so ein bisschen Montagefett aufs Gewinde. Weil gerade wenn man den jetzt sage ich mal gewaschen hat und alles mögliche ist der sehr trocken. Also das Gewinde ist sehr trocken vom Zylinder. Und man möchte natürlich nicht, dass das irgendwie frisst oder so. So. Gut. Das war's Leute. Wunderschön. Ja, das war's zu dem Motor von der lieben Céline. Und dem Vater Thomas. Ich wünsche euch viel Spaß mit dem neuen Motor. Der geht Dienstagern versandt. Und ja. Alle anderen natürlich meinen Kanal abonnieren. Daumen nach oben. Und natürlich ganz wichtig. Schreibt in die Kommentare, was zum Anfang des Videos falsch zusammengebaut war. Vielleicht die Profis werden es gesehen haben. Gleich zum Anfang schon. Und ja. Alle anderen schaut nochmal genau hin. Schreibt ihr unten einen Kommentar, was da falsch zusammengesetzt war. Und ja. Ich los den Gewinner aus. Und der soll sich dann bitte bei mir melden. Ich schreibe den dann bei YouTube an. Und der möchte sich dann per E-Mail bei mir melden. Das kriegen wir schon alles hin. Euch schöne Ostern. Und bis zum nächsten Mal. Macht's gut ihr Lieben. Bis dann. Tschüss. Tschüss. Tschüss.